Sie hören, Willkommen in der Todeszone. Ein Hörbuch geschrieben von Bernsteinfeuer, gelesen von David K. Soler. Neuvertonung. Sehr geehrte Fluggäste, wir bitten Sie, Ihre Sitze wieder in eine gerade Position zu bringen, die Tische hochzuklappen und alle elektronischen Geräte auszuschalten. Wir befinden uns im Landeanflug. Vielen Dank. Verschlafen sah ich aus dem Fenster und reckte mich. Die verdammte Ansage hatte mich geweckt. Warum nur? Ich war mir sicher, jeder normale Mensch mit ein wenig Verstand wusste, was man zu tun und vor allem zu lassen hatte während eines Landeanflugs. Warum konnte man die Passagiere nicht friedlich schlafen lassen? Weniger Panik. Ich reckte mich und sah aus dem Augenwinkel, wie von hinten eine Stewardess die Reihen nach Übeltätern durchforstete, um sie etwas zu energisch auf ihre Fehler hinzuweisen. Das Letzte, was ich wollte, war ein Streitgespräch um ... Wie spät war es eigentlich? Ich hielt inne. Ging die Sonne gerade unter oder auf? Excuse me? Jemand lehnte sich über meinen Nachbarn und tippte mir auf die Schulter. I know, I know, antwortete ich verärgert. Ich ließ meinen Walkman verschwinden und klappte entnervt den Tisch vor mir hoch. Es knarrte, nicht in Plastik, sondern in mir. Jeder einzelne Knochen hatte sich anscheinend dazu entschieden, während des Schlafes aus der Reihe zu tanzen und nun geschwind zurück an seine Position zu hüpfen. Große Menschen hatten viele Nachteile, irgendwo Schlaf zu finden, war einer davon. Die Stewardess war wohl von mir als volksamer Passagier überzeugt gewesen, denn sie wandte sich an meinen noch schlafenden Sitznachbarn. Gelangweilt wischte ich über das kleine Plexiglasfenster und schielte nach draußen. Mittlerweile waren wir unter die Wolken gesunken, dann rechts von mir erstreckte sich ein wahres Lichtermeer. Blau, grün, rot. Alle Farbnuancen waren vertreten. Hätte auf mein Ticket nicht mein Ziel gestanden, ich hätte auf Las Vegas getippt. Ein riesiger Organismus, der lebte. Das war das Einzige, was ich am Fliegen liebte. Die Landeanflüge, aber nur bei Nacht. Nacht sah alles anders aus. Aufregender, unbekannter, lebendiger. Diese Art der Vorfreude gab es nur bei Landeanflügen. Das Lichtermeer zog an mir ebenso vorüber, wie der riesige schwarze Fleck inmitten der leuchtenden Insel. Der Dnipper. Fast schon gruselig leer lag er da, wie ein Monster, welches den lebendigen Organismus verschlingen wollte. Vielleicht hatte ich das Glück, ihn noch mal tagsüber zu sehen. Vielleicht? Ach, was redete ich da? Natürlich würde ich ihn sehen. Mein Gott, ich war doch nur wegen ein paar Skizzen hier. Die drei Monate würde ich schon überleben. Excuse me. Ich fuhr aus meinen Gedanken hoch. Der ältere Herr neben mir war wohl auch wach geworden. Ihn hatte die Stewardess schlafen lassen. Meine Augenbrauen fuhren automatisch gegen Stirn. Ich krummelte. Er blinzelte. Anscheinend war er auch noch nicht ganz bei sich. How's the clock? Meine Stirn legte sich noch mehr in Falten. Ich hoffte auf keinen Gesprächsanfang. How's the clock? Ich brauchte einige Zeit, bis ich seine Absicht begriff. Ich versuchte ein Lächeln. Da war wohl jemand genauso ungeduldig wie ich. Ich hielt ihm mein Handgelenk hin. Die Ziffern zeigten 055. Er nickte und sagte, In time, so. Ich lehnte mich wieder gegen das Fenster. Zu Hause war es 9.55 Uhr. Vielleicht konnte ich Jordis schreiben. Sie hatte seit heute ihre freie Woche. Eigentlich hatten wir die Idee, ins Warme zu fliegen. Irgendwohin uns treiben zu lassen. Aber dann kam mein Auftrag. Der erste Auftrag seit langem. Den konnte ich nicht abschlagen. Ich schmunzelte bei dem Gedanken an Jordis kleine Wutanfälle an ihrem Nasenflügel. Doch viel Wert auf Urlaub hatte sie nie gelegt. Und so würde sie wohl die wenigen freien Tage allein verbringen. Irgendwo in unserem alten Jeep im Ödland. Allein. Im Gegensatz zu mir. In den nächsten Wochen würde ich nie alleine sein. Der Geigerzähler würde mir stets Gesellschaft leisten. Ob es dort schon Tiere gab? Mit Sicherheit, selbst Menschen gab es dort. Alte Menschen, die sich weigerten, ihre Heimat zu verlassen. Konnte man ihnen es verdenken? Wir kehrten ja auch immer wieder auf unsere Insel zurück, im kalten Norden. Zu sehr war unser Herz an den Frost gebunden. Wir konnten uns alle losreißen. Aber nach einer bestimmten Zeit holte uns der Ruf wieder ein. Egal wie weit man entfernt war. Ich musste es wissen. Ich hatte es schon ein paar Mal versucht. Willness, Berlin, Nashville und selbst Perth konnten den Heimatruf nicht zurückhalten. Dieses Mal hatte es mich eingeholt. Als letztes in der Form von Jordis. Vielleicht konnte ich sie ja überzeugen, zusammen in die Ferne zu ziehen. Vielleicht sogar nach Slavutic. Aber das war unwahrscheinlich. Laut Reiseunterlagen gab es nur eine Zugstrecke dorthin. Und der fuhr auch nur wenige Male im Monat. Eine Ansage unterbrach mich in meinen Gedanken. Welcome to Kiev Airport. Das Knistern brach ab. Dann herrschte wieder Stille. Nur die Lichter der immer näher kommenden Landebahn erleuchteten das Innere unseres Flugzeugs. Gelandet. Ich seufzte und blieb sitzen. Die Landung allein war noch keine Erlösung für meine Knochen. Erst hieß es warten. Dann nochmal warten. Und warten. Schließlich musste jeder Passagier gebührend verabschiedet werden. Fünfundvierzig Menschen vor mir und zwanzig hinter mir. Ich vergrub mich wieder in den Sitz. Warum konnten Landeanflüge nicht auch die gesamte Wartezeit andauern? Gelangweilt tippte ich gegen die Glasscheibe immer und immer wieder wie Wassertropfen. Tap, tap, tap. Plötzlich bewegte sich etwas. Ich kniffte die Augen zusammen. Im Schein der einzelnen Leselampen sah ich nur grobe Umrisse. Was war das? Draußen konnte es nicht sein. Es war die Fensterscheibe selbst, die sich veränderte. Ich tippte erneut dagegen. Nun neugierig. Es passierte nichts. Dann, ganz plötzlich, wurde da etwas in der Fensterscheibe größer. Verdammt. Es war keine Spiegelung. Das war ein Riss. Ich erschrak. Ich hatte die Fensterscheibe beschädigt. Der Riss wurde nun immer größer. Mittlerweile war das ganze Glas davon betroffen. Und es blieb nicht. Bei dem einen Riss. Der Riss verzweigte sich, ähnlich wie der Mississippi, und bildete nach und nach ein Delta aus Rissen. Irgendwann sah die Scheibe aus wie ein einziges Spinnennetz. Entsetzt lehnte ich mich nach rechts. Sollte ich jemandem davon erzählen? Ich meine, ich hatte nichts anderes getan, als gegen die Fensterscheibe zu tippen. Plexiglas war dafür viel zu stabil. Außerdem konnte Kunststoff unmöglich zerspringen, oder doch? Gerade wollte ich den älteren Herrn ansprechen, da merkte ich, dass dieser schon weg war. Das Flugzeug hatte sich geleert, und nur noch wenige Gäste suchten im hinteren Teil des Flugzeugs ihre Sachen zusammen. Ich nutzte die Gelegenheit. Schnell raffte ich mein spärliches Gepäck zusammen. Vorsichtshalber warf ich noch mal einen Blick zurück. Hatte ich nichts vergessen? Lag auch nichts mehr unter meinem Sitz? Automatisch huschten meine Augen zu der Scheibe. Was wäre, wenn... Ich zuckte zusammen. Die Scheibe war heil. Kein Riss. Nichts. In ihr spiegelten sich lediglich die Lichter des sich nähernden Gepäckwagens. Schnell hastete ich aus dem Flugzeug. Die völlig übermüdete Flugbesatzung ignorierte mich. Ihnen war es egal. Sie warteten nur auf die sechsköpfige Familie. Endlich stand ich auf dem Rollfeld. Die Turbinen hatten aufgehört, sich zu drehen, und machten nur noch halbherzig Lärm. Stattdessen stieg mir der Geruch von Kerosin in die Nase. Mir wurde schlecht. Was war das eben gerade mit der Fensterscheibe? Wurde ich nun verrückt. Aber da war doch ein Riss gewesen. Viele Risse, sehr viele. Das bildete ich mir doch nicht ein. Oder war ich eingenickt? Müde war ich, ja. Das wird's gewesen sein. Lose Müdigkeit. Ich atmete vorsichtig ein. Das Kerosin brannte in meinen Augen. Dann wieder aus. Nichts wie weg von hier. Ich hastete in Richtung Flughafengelände. Doch kurz bevor ich dort ankam, klingelte mein Handy. Hatte ich es nicht ausgestellt? Egal. Ich entsperrte. Auf dem Display war zu lesen. Nehme einen Zug früher. Treffen uns vor der Tür. LG T. Ich verzog das Gesicht. Nicht auch das noch. Verzweifelt drehte ich mich um mich selbst. Mein Rucksack. Wie sollte ich an meinen Rucksack kommen? Ich stöhnte. Er war speiübel. Ich war völlig übermüdet, hungrig und über 35 Stunden unterwegs gewesen. Und jetzt sollte ich also noch meinen Rucksack klauen. Konnte ein Tag noch schlimmer beginnen. Ich atmete noch einmal tief ein. Beruhige dich. Ganz ruhig. Denk daran, es ist Probe. Wenn du das hier nicht schaffst, geht's gleich zurück nach Hause. Für immer. Dann kannst du für das Heimatmuseum zeichnen, nicht aber für den Geographic. Also reiß dich zusammen. Ich richtete mich auf. Dann drehte ich mich in Richtung Flugzeug. Der Gepäckwagen war unbewacht. Also nichts wie los. Wenn ich Glück hatte, lag mein grünes Herz schon auf dem Klappergestell. Ich rannte zurück. Die kaputte Glasscheibe blitzte kurz vor mir auf. Die würden sich garantiert nicht erinnern, wo ich gesessen hatte. Wie viele Jahre man wohl bekam, wenn man sein eigenes Gepäck klaute. Ich hatte schließlich einen Grund. Ich wurde langsamer, als der Wagen nur noch wenige Meter vor mir entfernt stand. Da in der dritten Reihe von oben ganz rechts lag er. Die langen Tragegurte berührten den Boden und der Anhänger, den Geordys mir geschenkt hatte, hing zur Seite. Jetzt hieß es schnell sein. Ich hielt die Luft an und duckte mich. Schnell hastete ich wie ein Buschsoldat dem Wagen entgegen. Verschafft, vorsichtig richtete ich mich auf. Es war niemand zu sehen. Dann packte ich den Riemen meines Rucksacks und zog. Er rührte sich nicht. Der Alu-Koffer war zu schwer. Mit aller Kraft packte ich den Koffer und wuchtete ihn auf den Rucksack daneben. Gab es kein Gepäcklimit? So viel wie der Wog musste der Besitzer ein Vermögen an Gebühren gezahlt haben. Mit einem lauten Krrk blieb der Koffer liegen. Vorsichtig löste ich meine Hände. Bloß nicht runterfallen, flüsterte ich. Bloß nicht runterfallen. Während ich mit einer Hand den Koffer festhielt, mich duckte und die andere Hand wieder an meinen Rucksack legte, trat ich mit meinem Knie gegen den zweiten Koffer, der über meinem lag. Dann zog ich mit einem Ruck. Es funktionierte. Mein Rucksack krachte auf den Boden. Dann folgte der zweite. Durch den Stoß drohte der Koffer ebenfalls wegzuruschen. Aber das war mir egal. Ich ließ los. Der Koffer knallte zu Boden. Aus dem Flugzeug hörte ich Stimmen. Die Arbeiter kamen nun laut, gestikulierend und rufend aus dem Flugzeugbauch auf mich zu. Doch ich drehte mich nur um und rannte los. Weg vom Flugzeug. Weg vom Kerosin. Weg von dieser Fensterscheibe. Ich hörte die Stimmen der Arbeiter näher kommen. Ich rannte schneller. Mein Rucksack schlug mir in den Rücken. Meine Tasche schlug mir immer wieder in die Kniekellen. So, dass ich immer wieder einknickte. Doch ich erreichte das Flugzeuggebäude und stürmte geradewegs in irgendeine Richtung. Durch irgendeine Menschenmenge in die Richtung, wo ich den Ausgang vermutete. Der erste Passagier, der sein eigenes Gepäck klaute. Ich fing an zu lachen. Meine Kniekellen brannten, mein Rücken schmerzte und meine Lungen platzten, aber ich würde pünktlich kommen. Das war also der Preis, den man fürs Arbeiten zahlen musste. Doch die Wachmänner waren mir wohl nicht gefolgt. Warum auch immer. Ich hoffte auf eine schlechte Arbeitsmoral. Vielleicht reichte die Zeit, die sie benötigten, um mich aus dem Staub zu machen. Nur wie sollte ich mich aus dem Staub machen? Vor mir stand ein riesiger Lageplan des Terminals B mit besonders gekennzeichneten Ausgängen darauf. Es waren drei an der Zahl. Süd, Ost und West. Äh, welcher war der richtige? Drei Wege, aber nur ein richtiger. Außenbezirke, Parkplatz und Bahnsteig. Er war mit dem Auto da. Das wusste ich also. Osten. Hoffentlich parkte er auf dem Parkplatz. Ein erneutes Stoßgebet kam mir über die Lippen. Dann rannte ich wieder los. Hektisch schaute ich auf die Uhr. Noch zehn Minuten. Die meisten Reisenden starrten mir hinterher. Rucksack sei Dank. Nach einer Vielzahl von Übergängen und Treppen gelangte ich vor die Zollsperre. Dahinter der rettende Ausgang. Sollte ich das Risiko eingehen? Ich hatte keine Funkgeräte bei den Arbeitern gesehen. Und lieber alles erklären, als nie hier rauskommen. Ich fasste erneut all meinen Mut zusammen. Hoffentlich das letzte Mal an diesem Abend. Und schlenderte so entspannt wie möglich auf eines der Drehkreuze zu. Stop. Your passport and visa, please. Nervös zog ich meine Papiere heraus und legte sie mit zitternder Hand dem Beamten in die Metallschale. Er sah auf meine Hände. Dann schaute er mich mitleidig an und begutachtete den Haufen Papiere, den ich ihm gegeben hatte. Sein Blick glitt rauf und runter, dann legte sich seine Stirn in Falten. Was dauerte das denn so lange? War etwas nicht in Ordnung? Dann fehlte etwas. Verdammt, wenn jetzt die Wachmänner kamen. Argwöhnisch drehte ich mich um. Ganz ruhig. Franz denkt er, ich habe etwas geschmuggelt. Also lächelte ich erschöpft. Der Wachmann schaute mich nun skeptisch an. Long way, huh? fragte er mich. Ich nickte erschöpft. Ganz ruhig. Ich verneinte über Kopfschütteln. Für mir fehlte mir die Kraft. Jetzt lächelte er. Ich blinzelte. Konnte der sich nicht einfach beeilen? Iceland is very beautiful, isn't it? Ich nickte. Doch dabei hatte ich nur einen einzigen Gedanken. Bitte, bitte mach, dass ich durchkomme. Entschuldigend hob ich meine Hand. Sie zitterte noch mehr als am Anfang. Offensichtlich verstand der Beamte, was ich wollte. Denn nun sah er auch die Schlange von anderen Passagieren hinter mir, die mit anderen Flugzeugen kamen und unendlich in die Freiheit wollten. Er seufzte deprimiert und dann knallte er all seine Stempel auf all meine Papiere und schob sie unter der Scheibe hindurch. Ich griff danach. Ich lächelte ein letztes Mal. Danach trat ich durch das Steuerkreuz und hastete auf die Tür zu. Erleichterung. Doch die Erleichterung währte nicht lange. Ich war zwar aus der größten Gefahrenzone entronnen, aber ich konnte immer noch festgenommen werden oder abgeführt. Wie war überhaupt das Gesetz hier? Existierten Haftstrafen für Liebe des eigenen Gepäcks oder blieb es bloß bei einer Verwarnung? Meine Hände wurden schwitzig, trotz des eisigen Windes, der mir nun um die Ohren und unter die Jacke kroch. In solchen Momenten hasste ich Reisen noch mehr als lausigen Tee und Flughafentee war verdammt lausig. Jedes Mal, wenn ich ihn gezwungenermaßen trank, nein, eher hinunterwirkte, hatte ich das Gefühl, den Schierlingsbecher getrunken zu haben, nur ohne das wunderbar betäubende Mohn-Extrakt, so dass ich bei vollem Bewusstsein miterlebte, wie die lähmende Wirkung erst meine Beine, dann meine Arme und zum Schluss in meine Lunge kroch, um sich dort für die letzten Sekunden meines Lebens einzunisten und mich somit zum Ersticken brächte. Kalt, fremd, bedrohlich. Wenn ich noch länger hier stehen blieb, würde mir genau das passieren, nur ohne Gift. Die freudigen Rufe des Nachtfrosts begannen, nun endlich mir die letzte Wärme aus meinen Knochen zu saugen. Ob Thomas wirklich hier parkte? Wie sollte ich eigentlich sein Auto in der Dunkelheit finden? Langsam drehte ich mich erst nach rechts. Außer Schwärze und ein herrenloser Koffer, der im flackernden Vorlicht des Lufthafens immer wieder aufleuchtete, konnte ich nichts erkennen. Aber ein herrenloser Koffer um diese Uhrzeit? Merkwürdig. Wachsam drehte ich mich in die entgegengesetzte Richtung. Doch auch dort nichts. Es reiten sich nur Kleinbusse an Kleinbusse. Alle unterschiedlichen Alters und Zustands, dennoch ausnahmslos von derselben deutschen Firma. Wie sollte ich Thomas finden? Ich schaute auf die Uhr. Wir blieben noch zwei Minuten. Die Zeit raste. Warum rief ich ihn eigentlich nicht an? Sollte er mich doch vor dem Haupteingang abholen, wie die anderen. Mittlerweile war ich wohl der Letzte. Ich wollte gerade mein Mobiltelefon aus meiner Hosentasche nehmen, als ein lautes Buh! von hinten ertönte. Ich erschrak, zuckte zusammen, schrie und machte einen Satz nach vorn. kurz vor dem Ende des Bürgersteigs. Dabei fiel mir mein Handy aus meiner Hand und landete klackernd in einer schwarz-grauen Pfütze. Verärgert drehte ich mich um meine eigene Achse und hob die Hand, um geradezu einer Schimpftirade anzusetzen, als ich erkannte, wer mich erschreckt hatte. »Karen«, stotterte ich. »Was machst du denn hier?« »Karen«, stotterte ich mich um meine Achse